Mein Name am Montag, herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. In Frankreich wurden die Spiel-des-Jahres-Spiele am Wochenende verliehen. Und erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Aber wenn man sich die Nominierten anguckt, dann fragt man sich ja einfach nur... Also, fangen wir von vorne an, um welche Spiele geht es. Bei den Familienspielen waren nominiert auf den Wegen von Darwin. Ein Familienspiel, das super simple ist. Hier habe ich es mit Annika auf der Nachspiel gespielt. Und wir haben einfach hier in der Mitte diesen Spielplan mit so einem 3x3-Raster, wo verschiedene Plättchen liegen. Die wollen wir haben. Je nachdem, welche Plättchen wir haben, bekommen wir dafür Punkte. Wir können uns halt immer eines dieser Plättchen hier nehmen. Wir gucken immer, wo dieses Schiff hier ist. Das weiße Plättchen, den ihr vielleicht seht. Und wenn ich mir das erste Plättchen nehme, fährt das Schiff dann nach einem Feld vor. Dann nehme ich mir das zweite, fährt es zwei Felder vor. Und dann nehme ich mir das dritte, fährt es drei Felder vor. Und dann darf sich der andere Spieler aus der Reihe oder Spalte wieder ein Plättchen nehmen. Und natürlich möchte ich bestimmte Konstellationen haben. Ich möchte bestimmte Sets haben. Ich möchte von manchen besonders viele haben. Andere, wo ich mir dann freischalte, dass ich dafür Punkte bekomme, möchte ich vielleicht auch haben. Da muss ich immer gucken, ah, was passt gut zu mir. Und auch, was ermögliche ich dem anderen dann, was er dann bekommen kann. Ist das gut oder schlecht für ihn. Und das ist wirklich so ein super simples, einfaches Spiel, womit man Leute auch wirklich gut so ein bisschen an Spielen ranführen kann. Aber das hört dann meiner Meinung nach auch sehr schnell auf. So ein, zwei Partien. Dann wachsen die meisten Leute schon darüber hinaus. Und das ist eben auch so ein Spiel. Die Mechanik und alles, das ist super nett. Das kann man schön spielen. Aber dem fehlt auch so ein bisschen der gewisse Fifth. Der ist da nämlich eigentlich meiner Meinung nach gar nicht vorhanden. Dann haben wir Perfect Words. Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Und das wäre so ein Spiel, was ich schon deutlich besser finden würde. Weil das andere ist halt so ein Spiel, wo man einfach sagt, ja, so ein nettes Familienspiel, weiß ich auch nicht. Wird sicher auch bei einigen Leuten gut ankommen. Ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, empfiehlst du das gewisse etwas? Das ist jetzt wieder so ein Spiel, so ein Wort Assoziationsspielen im Prinzip, wie man es auch schon immer wieder kennt. Aber es ist halt immer wieder schön, weil hier haben wir auch ein kooperatives Spiel, wo wir alle miteinander spielen, miteinander Ideen entwickeln. Das liegen so eine Auslage, so Plättchen aus. Und dann bauen wir gemeinsam so ein Kreuzwort-Rätsel quasi mit Assoziationen. Einer legt hier vielleicht irgendwie Feuer aus. Dann ist der Nächste dran und sagt, ah, warte, da habe ich was Cooles zu. Legt dann irgendwie Job da drunter. Dann ist der Nächste dran. Der sagt, ah, warte, ich habe hier auch was Tolles zu Feuer. Da könnten wir doch irgendwie Gigant nebenlegen. Dann sagt der Nächste, ah, ich habe auch noch was Tolles, das wirklich gut damit passt. Und dann legt er noch irgendwie Tier dazwischen. Und so bauen wir halt irgendwie verschiedene Konstellationen auf. Und wenn wir dann alles ausgelegt haben, dann müssen wir halt unsere Assoziationen aufschreiben. Über die dürfen wir vorher nicht reden. Und jetzt hier zum Beispiel Feuer und Job. Dann schreiben wir halt irgendwie, wie es hier auch ein Beispiel ist. Zwei Leute schreiben Feuerwehrmann. Und einer sagt, ah, ich habe irgendwie an den Schmied gedacht, weil das irgendwie auch ganz gut passt. Dann kriegt man dafür halt Punkte, je nachdem, wie gut man übereinstimmt. Genauso wie hier Fire, Giant und Animal. Da würde ich jetzt irgendwie an Drache vielleicht denken. Weiß nicht, woran ihr gedacht habt. Und auch da wollen wir halt möglichst viele Übereinstimmungen haben. Und eben auch wieder ein Konzept, das man schon kennt. Einfach gemeinsam irgendwie Assoziationen finden. Er findet jetzt das Rad auch nicht neu. Aber wäre ein Spiel, wo ich sagen würde, Weihnachten der Spieleburg, wenn wir da auf den Wegen von Darwin haben, und Perfect Words. Die meisten Leute, die die Zielgruppe sind, würde Perfect Words auf jeden Fall eher abholen. Wie gesagt, gibt es noch nicht auf Deutsch. Kommt ja vielleicht noch raus. Und dann den Gewinner. Und das, boah, finde ich echt fast eine Elastrophe, weil es wirklich ein reines Merkspiel ist. Trio. Das ist irgendwie auch schon als Nana rausgekommen, vor drei Jahren mittlerweile. Jetzt ist letztes Jahr dann auch die deutsche Version davon rausgekommen. Und das ist einfach ein Spiel, wo wir Karten auf der Hand haben. Karten werden alle Spiele ausgeteilt. Sechs Stück oder acht Stück werden in die Mitte gelegt. Und dann sortieren wir die quasi von der niedrigsten bis zur höchsten. Und wenn man dann dran ist, kann man entweder eine Karte aus der Mitte aufdecken. Oder bei irgendeinem Spieler auch bei sich selbst sagen, hier, bitte deine höchste Karte aufdecken oder deine niedrigste Karte aufdecken. Und dann deckt der halt die niedrigste Karte auf. Das ist vielleicht eine 2. Dann decke ich irgendwie in der Mitte auch eine 2 auf, weil ich mir gemerkt habe, da liegt eine 2. Und dann frage ich irgendwie Markus, sag hier, deck du mal deine niedrigste auf. Und dann hat der da vielleicht eine 1. Und dann ist halt vorbei. Hat der aber auch da die 2, habe ich ein Trio gefunden. Dann lege ich das vor mich. Und dann ist halt der nächste Spieler dran. Und so werden halt nach und nach da Karten aufgedeckt. Ich kenne meine Karten. Bei anderen Spielern werden Karten aufgedeckt. In der Mitte werden Karten aufgedeckt. Und dann muss man sich halt merken, wer wo welche Karte hat. Auch indem man jetzt vielleicht als erstes eine 4 aufgedeckt hat. Und es denkt, woanders eine 4 gibt. Wenn wir später die ganzen tiefen Zahlen abgearbeitet haben, dann weiß man noch, ah, da war die 4. Jetzt muss ich dich nehmen. Da war die 4. Und da war die 4. Es ist wirklich ein reines Merkspiel. Das Einzige, was nett ist. Man kann es in Teams spielen. Das haben wir auch gemacht, als wir es hier, ich glaube nach der Spiel haben wir es ausprobiert. Und das war schon irgendwie ein bisschen netter und interessanter. Aber alles in allem ist es wirklich, also Leute, die ein gutes Gedächtnis haben, werden da gut drin sein. Leute, die ein schlechtes Gedächtnis haben, werden da schlecht drin sein. Und das war es auch schon. Viel mehr Witz ist da nicht drin. Und das finde ich halt immer super schade, wenn Spiele nicht sowas Besonderes haben. Von daher würde ich sagen, die Familienspielkategorie in Frankreich, für mich persönlich, und jetzt auch aus Sicht sowohl des Ritzensenden, als auch aus Sicht des Menschen, der in der Spieleburg Weihnachten Spiele verkauft an Leute, die exakt die Zielgruppe sind, eine einzige Katastrophe. Also wirklich nichts bei, was ich empfehlen würde, was ich nominieren würde. Ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht sind wir hier irgendwie dann in ein paar Wochen, wenn die Jury ihre Liste rausgehauen hat. Und da sind auch zwei von den Titeln dann irgendwie drauf. Aber dann ist das halt so, wobei ich hoffe, dass es da noch ein paar Alternativen gibt. Unser Video dazu wird so in vier bis acht Wochen dann kommen. Alles, was bis Ende März erscheint, hat ja noch die Chance, nominiert zu werden. Das heißt, wir gucken einfach, was ist bis dahin alles so rausgekommen, was haben wir davon alles gespielt. Und sobald wir denken, wir haben genug gespielt und können uns dann eine Meinung zu bilden, dann machen wir da eben auch ein Video zu und gucken mal, wie groß dann die Übereinstimmung ist. Mal hatte ich irgendwie 100% Übereinstimmung, mal hat kein einziges Spiel gepasst. Das ist halt immer, man steckt da nicht drin in den Leuten. Aber dann haben wir halt die Kenner-Kategorie. Und Kenner in Deutschland wird, glaube ich, großartig, weil da gibt es viele richtig coole, tolle, spannende Titel, die alle nominiert werden können, wo ich auch fast mit jedem, also ich bin gespannt, was da nominiert wird, aber ich werde wahrscheinlich mit den meisten Titeln sehr einverstanden sein. Nominiert in Frankreich war zum einen Cat in the Box Deluxe Edition. Das super Hype-Spiel auf der Spiel vor zwei Jahren. Ein Stichspiel, was ich ja immer sehr schön finde, so ein Schrödinger Spiel, wo ja quasi die Farbe der Karte nicht bestimmt ist, bis wir sie ausspielen. Auch so ein bisschen Wizard-mäßig. Wir müssen halt vor der Runde festlegen, wie viele Stiche wir bekommen. Wir bekommen irgendwie Karten auf der Hand, die haben halt verschiedene Zahlen. Und wenn wir die Karte halt ausspielen, können wir sagen, hier, die 1 hier ist jetzt irgendwie eine blaue 1. Oder irgendwie, die 5 hier ist jetzt eine blaue 5. Und man will halt, immer wenn das irgendwie, also wenn man das sagt, dann legt man halt seinen entsprechenden Marker auf das Feld. Und man will zum einen natürlich seine Stiche treffen, man will aber auch dann so große zusammenhängende Gebiete auf dem Spielplan haben. Und man möchte aber auch nicht derjenige sein, der einen Paradoxon auslöst, wenn irgendwie das nicht mehr funktioniert, weil die Karte, die man aufspielen kann, mit der man irgendwie bedienen müsste, nichts mehr gibt, weil die Farben irgendwie schneidend weg sind, dann funktioniert das nicht. Und das habe ich, also gespielt, ich selber bin ja absoluter Stichspieler, ich liebe Stichspiele, wir haben früher super viel Skat gespielt, ich habe die Crew richtig gefeiert und auch sonst gutes Stichspiel, bin ich immer sehr, sehr gerne dabei. Ich habe das mit Leuten, also hier in meiner Runde in Göttingen sind ja viele keine Stichspielfans, aber ich habe es eben auch mit Leuten gespielt, die auch riesengroße Stichspielfans sind. Und das hat bei uns allen nicht gezündet. Und also es ist noch ein Spiel, ich habe schon einige Partien davon gespielt, wo ich mir immer denke, ich müsste noch ein paar mehr Partien spielen, vielleicht zündet es dann irgendwann. Aber eigentlich erkenne ich den Witz bei solchen Spielen schon sehr schnell, bin ich der Meinung, aber man hat auch nicht immer Glück, wobei normalerweise immer die Vielspielerspiele sind, die ein bisschen bei mir scheitern. Das ist auch ein Spiel, wo man immer so konservativ wie möglich spielen möchte und nie mal irgendwie Dinge ausprobieren möchte. Weil wenn man da den jetzt quasi das Paradoxen auslöst, da wird man so hart bestraft dafür punktemäßig. Also da ist jetzt auf Deutsch draußen, vielleicht kommt es hier, ich brauche irgendeine Runde, vielleicht in der Spieleburg probiere ich es nochmal aus, wenn ich da am Donnerstag bin. Aber das kann ich auch so überhaupt nicht nachvollziehen. Dann ein Spiel, eigentlich grandios, aber ihr habt ja vielleicht unser Video zu Isla gesehen. Das Spiel ist großartig. Die ersten anderthalb Level sind so ein bisschen sehr seicht von der Story. Dann kommen wirklich richtig coole, spannende Szenarien, Level, Geschichten, Mechaniken, die da integriert sind. Das ist so ein Geschichtenspiel, wo Isla loszieht, um das Glitzen etwas auf dem Berg zu finden. Und dann kommt ganz viele verschiedene Begebenheiten. Und der letzte Level hat wirklich zu starken Diskussionen bei uns geführt. Und auch das Ende, da konnte man dann sehr krass drüber diskutieren. Eigentlich ein Spiel, das man auch leider wirklich nur einmal spielen kann. Es ist ein bisschen wie Time Stories. Man muss es wahrscheinlich häufiger spielen, wo euch nicht die perfekte Lösung gelingen wird. Und dann sagt das Spiel, hey, spiel nochmal, bis du den Weg findest, der jetzt wirklich richtig gut ist. Also ein Spiel, wo ich sagen will, es ist schade, weil da steckt so viel Gutes drin, das ist so überzeugend. Aber dann hat es so, also diese Time Stories Problematik ist super schwierig. Das letzte Kapitel, der letzte Level ist halt echt nicht gut. Das Ende ist irgendwie wieder ganz nett, aber kann man auch drüber diskutieren. Wobei das auch nur so ein, zwei Wörter sind, die da schwierig sind. Aber ja, finde ich interessant und mutig, sowas zu nominieren. Hatten wir ja hier vor einigen Jahren auch, wo mal Pandemic Legacy und Time Stories nominiert waren. Sehr mutig. Leider war es dann doch wieder die konservative Wahl mit Isle of Sky. Hätte ich auch ein bisschen schöner gefunden, wenn da mal ein anderes Spiel gewonnen hätte und nicht so ein klassisches Design, weil das dann auch vielleicht eher die Leute ermutigt hätte, solche Spiele schon mal früher rauszubringen. Sagt spannend, hat aber nicht gewonnen bei den Kennerspielen, denn gewonnen hat Far Away. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was die deutsche Spiel des Jahres Jury da auftischt. Aber ich glaube, das werden alles spannendere und interessantere Titel sein, als das, was hier nominiert war. Far Away war ja so ein kleiner Geheimtipp auf der letzten Spiel, weil es einfach ein kleines, cleveres Spiel ist. Viel mehr ist es dann aber leider auch nicht. Und ich habe das halt ein paar Mal gespielt. Hier sind zwei Partien gelockt. Ich habe tatsächlich ein paar mehr gespielt. Aber so den Titel als Kennerspiel des Jahres, ich weiß es nicht. Wir haben halt hier Karten und die Dinge in der Mitte aus. Wir draften die und dann spielen wir die Karten der Reihe nach aus. Und wir drehen sie dann aber um und wir spielen sie quasi von links nach rechts aus, werten sie aber von rechts nach links. Das heißt, wenn ich irgendwie ganz rechts eine Karte habe, wo ich irgendwie viermal ein bestimmtes Symbol brauche, kann das nicht funktionieren, weil ich drehe die als erstes um und habe ich die noch gar nicht. Und ich muss dann quasi am Anfang schon Karten aufspielen, wo ich bestimmte Symbole für brauche, die dann später gewertet werden. Weiß auch noch gar nicht, ob ich diese Symbole später bekomme oder ob ich ganz andere vielleicht Sachen bekomme, wo ich dann Punkte zusammenstellen kann. Sagt, das ist schon nicht unkleber. Und eigentlich ein total banales Spiel. Aber dieser Twist, dass diese Karten auch spielen und die dann quasi nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne werten, der macht das Spiel schon nicht uninteressant. Aber für mich gefühlt auch ein Spiel, das nach drei Partien eigentlich dann schon seinen Witz so ein bisschen... Also ich mag es. Aber für mich noch wieder so ein Spiel, das ist schon nett, das kann man immer wieder rausholen. Aber bei Kennerspielen, selbst wenn die noch immer einigermaßen einstiegsfreundlich sein sollen, das ist mir schon fast zu wenig. Komplexität ist hier mit 1,94. Also das hätte man auch schon fast vor einem Familienspiel einordnen können. Also schwierig. Also auch da nichts, was jetzt wirklich überzeugt. Ketten, die Boxen. Einer finde ich eine spannende Wahl, auch wenn, wie gesagt, das Spiel seine Schwächen hat. Das ist ein bisschen das, was für mich Tante Grey im Expertenbereich war. Apo-Expertenbereich, da haben wir Darwin Journey, was nominiert war. Großartig, absolut verdient. Eines der besten Experten-Spiele des letzten Jahres und wirklich ein tolles Ding. Hat aber leider nicht gewonnen, obwohl wir jetzt schon das zweite Darwin-Spiel hier haben. Dann The White Castle, Die Weiße Burg ist ja auf Deutsch bei Cosmos erschienen. Waren viele Leute super neugierig drauf. Die Rote Kathedrale war auch so ein Spiel, das mich nicht so überzeugt hat, wie es viele von euch überzeugt hat. Es hat sehr vielen Leuten sehr viel Spaß gemacht. Und dementsprechend war ich bei Die Weiße Burg sehr, sehr skeptisch. Ob das jetzt auch nur so ein... Also für mich war Die Rote Kathedrale einfach so ein sehr durchschnittliches, normal, gutes Kennerspiel, wo ich den Hype nicht so wirklich verstanden habe. Die Weiße Burg ist da aber dann schon ein Schritt mehr vom Anspruch her, finde ich persönlich, und bietet auch viel mehr interessante Möglichkeiten. Das wäre also ein Spiel, wenn das in Deutschland beim Kennerspiel des Jahres nominiert wäre, ist vielleicht schon ein bisschen hoch vom Anspruch, aber das ist ein bisschen der Übergang. Das ist irgendwie noch so im gehobenen Kennerbereich, aber wenn man davon so 3, 4, 5, 6, 7 Partien gespielt hat und sich so mit der Regeltiefe und den zusammenhängenden Interaktionen auseinandergesetzt hat, dann ist der Schritt zum richtigen Expertenspiel nicht mehr weit, aber es ist eigentlich eher klassisch auch ein Kennerspiel und gar nicht so ein Expertenspiel, aber hat auch nicht gewonnen. Hätte ich fast mit gerechnet. Was gewonnen hat, und also das Spiel fand ich absolut schrecklich, aber ich finde es nur... Flo liebt es, Flo findet es richtig, richtig gut. Dieses Spiel hat diverse Probleme, zum Beispiel, dass man es nur mit 4 Leuten spielen kann. La Familia, der große Mafia-Krieg. Wir haben das schon direkt nach dem Spiel bekommen, wollten dann pünktlich zum Release ein Video machen, haben wir, glaube ich, auch knapp geschafft, hat Flo netterweise gemacht, aber er hat es auch ewig und 3 Tage nicht auf den Tisch bekommen, weil es halt ein Vielspielerspiel ist, für das ich genau 4 Personen brauche. Dann spielt man in Teams miteinander, das ist schon mal auch sehr, sehr spannend, aber diese Hürde, dass ich genau 4 Leute brauche, hat eben auch bei Flo, der sehr viel Bock auf das Spiel hatte, dazu geführt, dass er ewig und 3 Tage keine Runde dafür zusammenbekommen hat und dementsprechend, dass es einfach auch heute noch selten auf den Tisch kommt, weil man braucht dann immer genau 4 Leute. Wenn einer nicht kann und dann doch wer anders kommt oder man irgendwie doch zu 5 ist oder zu 3, dann funktioniert das immer nicht. Die was the devil hat ja ein ähnliches Problem und das war für mich so ein Wargame, so Cubes rumschieben, das hat mich überhaupt nicht abgeholt, aber ich habe es auch in einer sehr schwierigen Situation gespielt, nach einer Woche Spiel, nach einer Woche Nachspiel, am letzten Abend das letzte Spiel, aber das ist ja mein persönlicher Geschmack, auf jeden Fall eine mutige Wahl, Glückwunsch da auch an Feuerland. Ich glaube, letztes Jahr war es ja Archenoma und jetzt wird La Familia schon wieder den Titel geholt, also spannend, aber wie gesagt, alles in allem sind das so Titel, wo ich mir denke, also wie gesagt, Experten-Spiele, bin ich absolut d'accord, boah, die Kategorie haben wir leider nicht, wenn wir das bei den Kennerspielen sehen, was dann Frankreich nominiert war, boah, also da gibt es so einige Titel, die eh, also ich bin bei manchen Titeln mal gespannt, ob die nominiert werden, ob sie sagen, naja, was ihr letztes Jahr gemacht habt, war nicht so toll, aber hier, wie gesagt, das sind alle Spiele, die man mögen kann, die sind auch eigentlich fast alle irgendwie gut, also auf den Wegen von Darwin, das ist halt schon wirklich nett, aber Trio, wirklich so ein reines Merkspiel, ohne jeglichen Witz, der ist bei uns zumindest nicht aufgekommen, Ketten-The-Box, kann ich auch nicht, also schwierig, vom Spiel des Jahres in Deutschland, ich hoffe sehr, dass ihr, wie gesagt, die Expertenkategorie fällt ja eh raus, ich hoffe, dass ihr einfach komplett andere Titel auf eurer Liste habt, als das, was hier in Frankreich nominiert war, es gibt da sicher einige spannendere und interessantere Spiele, wie gesagt, trotzdem natürlich herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben, aber da gibt es schon ein paar, also wie gesagt, im roten Bereich beim Familienspiel des Jahres, finde ich es in diesem Jahr auch schwierig, ihr könnt ja gerne schon mal unter das Video schreiben, was sind so momentan eure heißen Kandidaten beim Familienspiel des Jahres und beim Kennerspiel des Jahres, da bin ich mal sehr gespannt, was so meine Vielspieler-Bubble da wieder zu sagen, ich habe ja auch schon ein paar Erfahrungswerte, weil alles, was so zu spielen rausgekommen ist, hatten wir natürlich auch Weihnachten in der Spieleburg und da konnte ich das auch schon Leuten empfehlen, da sind halt auch bestimmte Sachen gegangen, andere Sachen nicht so, wie gesagt, werden wir dann in ein paar Wochen drüber reden, aber schreibt ihr gerne mal, zum einen, wie ihr die Spiele findet, die hier nominiert waren und die gewonnen haben, aber eben auch, was ihr denkt, was in Deutschland dann wohl mal gewinnen soll, oder zumindest nominiert werden sollte, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie gesagt, ich finde dieses Jahr die Wahl in Frankreich sehr enttäuschend, alle sagen ja immer, Astor, das wird ja im Rahmen von Cannes verliehen, dementsprechend ist natürlich auch viel mehr los, als jetzt bei unserer Spielesjahresjury, die das halt in so einem Hotel macht, wo ein paar Journalisten sind, das ist natürlich ein ganz anderer Charakter, als wenn man das wirklich auf so einem großen Festival verleiht, wenn ihr da Videos von seht, denkt ihr immer, oh mein Gott, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin, aber mal gucken, vielleicht tut sich da auch irgendwas, aber finde ich gar nicht schlimm, die Spiele sollen im Vordergrund stehen und wenn hier halt großes Prämonium um die Verleihung ist, aber die Spiele eher so, nicht wirklich toll und nicht wirklich besonders sind, dann finde ich das in Deutschland deutlich besser, wie gesagt, Jury, bitte, bitte enttäuscht mich nicht und dann sage ich, vielen Dank fürs Zugucken, ich freue mich auf eure Kommentare, macht es gut, bis bald und tschüss. Tschüss.